und nur mal zur zeitlichen einordnung wir haben den 3. april draußen sind fast minus 9 grad ist die außentemperatur auf der terrasse ja läuft doch in kanada oder ja sam Wir genießen ein bisschen die Frühlingssonne, die uns den Schnee wieder wegschmelzen soll. Wir machen gerade eine Runde spazieren bis dahinter, noch hinter die zweite Strommauer. Ja, hat er gut gemeistert. So langsam erwacht hier wieder alles zum Leben. Aber guck mal, das sieht toll aus, oder? Sowas mag ich ja. Vollramontisch. Soghi. Sogar. Ja, ich stehe das im Keller, oh. Doch du vergisst, dass ich existiere. Hier, hier, komm hier. Und sitz. Nein, nein. Sam, komm hier. Zeit, komm hier. Sitz. Prima. So ist fein. Und down. Down. Prima. Down. Down. Schuhe, du stößt im Bild. Schuhe, komm mal hier. Prima, down. Fein. Und sitz. Prima. Guter Junge. Und down. 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 Und down. Fein. Sitz. Sitz. Guter Junge. Hier, Sam, komm hier. Sam. Sitz. Fein. Und down. Und down. So ist fein. Prima. Ich glaube, der ist zu dicht an dir dran. Wenn er sitzt, dann kann er nicht mehr down machen. Da ist kein Platz. Sitz. Prima. Und down. 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 Prima. Fein. Sitz. Gut. Wir erziehen unseren Hund zweisprachig. Und down. Down. Prima. Sitz. 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 Gut Maus. Sam. Sitz. Gut Maus. Sam genießt den letzten Schnee. Hier habe ich gestern gefräst. Und das ist alles weggetaut. Die ganze Einfahrt ist super frei. Mal weiter rein. Komm rein. Sack. Ich weiß ja nicht, dass der da so gut war. Sam, komm hier. Komm her. Hey. Es ist so hell. Ohne Sonnenbrille ist man hier fast aufgeschmissen. Wird man echt schneeblind. Irgendwie hat der Spaß. Sam. Komm hier. Sam. Sam. Hier. Okay. Jetzt, ob der irgendwas jagt. Sam. Sam. Sam, hier. Sam. Hier. Sam. Hier. 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 Ja, komm. Ja, komm. Ja, fein. Fein. Fein kannst du nicht hören. Nur wenn du willst. Das hast du aber richtig gut drauf. Hm. Uh, kleiner Scheißer. Ja, hier. Ist noch mehr? Hm. 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 So, die Damen kosten die Freiheit aus. Wir versperren den üblichen Weg. Sagen wir es mal so. Brauni. Bist aber mutig. Und Sugar hat alles fest im Blick. Sugar wird noch Hühnerherdenhund. Sugar die hauen ab. Obwohl, bei Vögel ist es ein Schwarm. Schuginein. Das ist eine Alarmrotte. Eine Alarmrotte. Eine Alarmrotte. Sugar. 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 Hierher. Du alle Zippe. Was denn? Du hast doch gerade gesagt, sie ist ja auch der Rottenbewacher oder so. Sieht auch interessant aus. Heute morgen war es noch ein kompletter Eisbatzen. Jetzt hat es der kleine gegen das Rohr gerannt. Da ist es abgefallen. Und dann sah es heute morgen so aus. Also komplett Eis. Und mittlerweile ist es schon ein bisschen getaut. Ja, jetzt geht's jetzt auf. So gut. All right. Untertitelung des ZDF, 2020